Hi, hier ist wieder Eva von Aquacraft. Bitte nicht wundern, dass ich das gleiche an habe, wie beim letzten Intro. In Zeiten wie diesen bin ich nicht so oft alltagstauglich gekleidet und jetzt habe ich mir gedacht, muss ich das gleich ausnutzen, um auch dieses Intro zu drehen. Jedenfalls möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, wie ich meine Kammfische füttere. Welche Futtermittel ich verwende, was ich sonst noch hinzufüge und wie ich es dann schlussendlich verfüttere und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe jetzt hier schon alles vorbereitet und ich möchte aber gleich vorab dazu sagen, das ist kein gesponsertes Video, das sind wirklich meine persönlichen Favoriten bzw. auch die der Fische und vor allem in Zeiten wie diesen, wo ich kein Lebendfutter bekomme, möchte ich euch zeigen, was ich stattdessen verfüttere. Also eben, weil ich gerade vom Lebendfutter gesprochen habe, natürlich sonst hauptsächlich Lebendfutter, das bekomme ich auch von Liquid Nature und bzw. kaufe es dort. Und ansonsten, wenn ich keines zur Verfügung habe, dann nehme ich diese Dinge hier und zwar einmal den Beta Booster von Dennerle. Der ist wirklich, wirklich super. Es ist ein kleines Sackerl mit 12 Gramm, aber man, das ist ausreichend für, weiß ich nicht, ich glaube der letzte ist mir sogar abgelaufen, bevor ich das alles verfüttern habe können. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht, aber ihr seht das gleich, sind kleine so Granulate. Ist das also ein Granulat? Und ja, ich gebe es entweder pur oder wenn ich möchte, dass meine Fische eine extra Portion Vitamine dazu bekommen, dann nehme ich das hier von JBL. Das sind Multivitamine für Fische und zwar ist das voll super, weil man das direkt unter das Futter mischen kann. Man kann es auch ins Wasser geben, aber ich verfüttere das sehr gerne mit dem Futter, mit dem Granulat eben, und da zeige ich euch, wie ich das mache. Da gebe ich ein bisschen was in einfach so eine Schüssel hinein und dann schüttle ich das und gebe ein paar Tropfen darauf und dann lasse ich das so circa fünf Minuten stehen in etwa, bis das aufgesogen ist. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag, aber ein, zweimal in der Woche schon. Und ich muss echt sagen, man sieht da wirklich einen Unterschied. Also die Fische kriegen eine total prächtige Farbe, schauen gesund aus und vor allem auch durch das Dennerle, durch den Dennerle-Betterbus, der ist auch wirklich zu empfehlen. Und weil ich ja jetzt im Moment kein Lebendfutter habe, habe ich hier etwas ganz Tolles, das ist so die Notration, das sind so kleine Sachets mit roten Mückenlarven in einem Gelee. Und da nehme ich immer eine Küchenrolle und drücke so ein paar Würmchen raus. Und normalerweise kann man das auch so direkt reingeben zu den Fischen, aber irgendwie ist da so viel Gelee drauf, ich mag das nicht so gerne. Ich mache das immer ein bisschen trocken, dass ich die Würmer auch so wirklich separieren kann und separiert geben kann. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das verfüttere. Ihr könnt jetzt sehen, dass Bella schon ganz nervös ist, ich weiß schon, dass es jetzt Futter gibt und sie ist wirklich total verfressen. Also die würde, glaube ich, alles fressen, aber ich gebe ihr mal eine Mückenlarve, eine rote, also diese in Gelee eingelegte. Und das schmeckt ihr anscheinend wirklich gut, obwohl sie alles frisst, aber da merkt man schon, dass sie das lieber mag. Sie sieht nicht mehr so gut, deswegen muss ich ihr das immer extra hingeben. Aber ja, und dann gebe ich ihr dieses Granulat, den Beta-Booster mit diesen Vitaminen. Und da sieht man auch, da fährt sie auch total drauf ab. Sie sucht dann meistens am Boden noch nach Resten, wenn sie es zuerst nicht so sieht oder findet. Ja, und wenn eben so wie ihr da seht, dass diese Vitamine da in dem Wasser sich verteilen, macht das nichts, weil das eben auch für das Wasser gut ist, dieses Vitaminpräparat. Dann gibt es noch eine Mückenlarve und das war es von der Menge schon. Also das könnt ihr schon sehen, das ist jetzt nicht so viel, aber das ist total ausreichend. Das mache ich einmal am Tag und einmal in der Woche gibt es auch einen Fasttag. Und jetzt kommen wir zum Beyo. Der kriegt zuerst einmal ein Granulat. Das mag er nicht so gerne, aber er wartet schon. Er weiß glaube ich noch nicht, was es gibt. Ah, aber er frisst es super. Jetzt schauen wir das nochmal von der Seite an. Wie man sieht, das schmeckt ihm sehr gut. Super. Das sind die Mückenlarven, die ein Gelee, die mag er wirklich sehr gerne. Jetzt wartet er schon auf Nachschub, jetzt gebe ich ihm das Granulat. Oh, hoppla, er ist noch nicht fertig gewesen. Egal, das wird er dann finden. Mehr will ich ihm jetzt nicht geben. Aber so sieht das Ganze aus. Der Beyo ist halt recht klein und deswegen wirkt er bei dem langen Wurm da so herum. Aber schmecken tut es ihm. Und wie gesagt, in Zeiten wie diesen ist es einfach super eine Alternative zum Lebendfutter zu haben. Und da sind diese Mückenlarven in Gelee wirklich das Beste, was ich bis jetzt finden konnte, eben als ziemlich gleichwertige Alternative. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, bitte, falls ihr Fragen habt, einfach fragen. Und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da bin ich aktiver als hier auf YouTube. Und ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss.